war das irgendwie so ein Fall oder so? Ja das ist ein Falle ist da Ne aber ich habe wohl nicht in den Fall geschossen Sein mit Regenraum Hab ich auch gedacht Ich wurde nicht in den Fall geschossen Stopp Regenraum Wieder keine Regenraum Oh Mann Oh Gott hier geht es runter Ich glaube die droppen nichts Glaub ich auch langsam Hast du eigentlich noch Kupferwerkzeug und so Ich kann dir Eisen geben Ich habe Eisen glaube ich Cool wie geht es aus? Hast du Sachen gesammelt? Kupfer habe ich bloß Ich bin gleich oben Geh du bis hier oben Ja ich war doch weiter unten Eie ich werde mit Fein geschossen Alter werdet ihr auch noch verreckst ne? Weißt du Ich wollte mich gerade zu dir teleportieren Was irgendwie nicht geklappt habe Und dann ist er tot Alter Rammler Ja was? Ist ja mal mega arm Jetzt höre wenn ich kein Bock ob das alles wieder weg ist Ja aber das ist doch Das ist ja nun mal so Aber du bist ja schon Pussy Rammler Ich habe ja wow Wenn ich jetzt die Sachen nicht wiederbekommen Ist für mich das Projekt sowieso beendet Was? Ja ich habe keinen Bock schon wieder neu anzufangen Alter oh no Ja weil du auch schon alles hattest ne Ja echt mal ich hatte alles Ja weißt du Letzte Season Mich hat irgendeiner totgekloppt Ich habe nichts wiederbekommen Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt Und wir sind ja an den Augen geendet Oh hier liegt ein Regenstierm Nach fünf Folgen alles klar Äh Aua Ist doch schön so an die Sache ranzugehen Auf jeden Fall Das ist doch ein Torsten und Michi hier Das ist doch scheiß Rammler Wir sind geil Ja wir kriegen die Sachen so nicht wieder rammeln ne Na ich bin falsch gedacht inzwischen wieder Alles klar Let's do so Holzman So Holzman is so great 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 That's a Spiel Alles klar Ja kommt nicht ran an Rommler Habs vergessen Okay dann danke mir viel zu schauen und Tschüss What the fuck Ich sehe nix Ich sehe nix Ich sehe nix Es ist so dunkel Wie liegt jetzt Rammler Ob ich mich denn auf die Dnail aus zu machen er wird und eisen Nein ich hatte natürlich Eisen dabei um für die Kurs er wird gelaufen was so wichtig es war so geplant wird der Kreuz trocknen wegen dem Regen heute müssen das weiterlaufen das ist mein Kleid so durchsichtbar das ist noch nicht warten können der Retter in der Not okay haben wir haben wir wieder zurück in unser Loch er sollte los sind wir in der Karte was er sehen noch ein Leben was er zurück die vorne geht es in den Müll runter und du wirst es einfach nicht hier vorne machen ihr müsst ein Stück runter gehen und mal ausleuchten ich hab keine Focke ja Gott warum nicht ich hab nur drei nein ich hab nur so ein Leben es wird nicht gut gehen wir sehen ich dachte du bist du du bist falsch gesprungen habe jetzt alle unsere Sachen da unten liegen ich bin ich bin ich unten mit dem nicht ich will nicht das glauben ja Prozent okay gucken wir was da hinbekommen ist klar 3 so einfach witzig wie ich das hier reinloggen wollte das läuft immer aus ich hab natürlich nichts mehr auslösten ich hab ja wusste das nicht mehr so man es liegt auch da unten das ist ein ganz netter Bubel ich hab die Idee wir nehmen den See und schieben ihn da hin ja es ist nur ein Seefinnen die Cody das war echt ne scheiße Idee ne alles klar wie viel sind wir wo es nie warum erstmal alle gemeinsam runtergaben bis zum Wasserloch was ist ein Wasserloch ja warte direkt am Anfang ist ein Wasserloch ich zeig dir das Films ich will erst mal meine Sachen ne ich will meine Sachen auch wieder haben mir will sie Sachen wiederkriegen Willi komm mal mit Rammtosli Michi komm her jawoll oh ja haha haha oh tsch du machst rechts ich glaub ich glaub da war das Loch ja da ist ein Wasserloch ich zeig dir das Wasserloch das war gar nicht geplant seit ihr da runterspringen das war irgendeine Dummheit das war ein netter Nebeneffekt ein netter Nebeneffekt Leute ich wurde geschlagen ich lebe noch ich hab alles abgedammelt hey hier ist Wasser hier hat nicht zufällig irgendeiner ne Fackel oder ich hab was ich hab was ich bringe einer mit ich fahle wieder immer noch warte tak und leuchtet schon mal schön los lass uns ruckeln eh rocken rocke rocke das ist ruckel neiiiin ähm 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 meine Sachen sind jetzt auch da du hast die Neidchen ja machen wir eigentlich noch eine Special äh Special jemand keiner verrät das hier äh wird äh ne verrät das hier was wir aufnehmen aufnahme wollen wir machen ja hey ich hab grad jede Menge Items aufgesammelt ich hab noch mehr Items aufgesammelt echt weißt du ja was denn das werde ich jetzt nicht verraten ich hatte ein Steam Junge kurz ich hab vergessen wie es heißt ich weiß selber nicht was ihr aufnimmt natürlich du bist da runter gesprungen ich bin unten ok alles klar tot ist safe ja ich was tot ist safe immer safe oh ne ne ist nicht safe ich bin ich bin nicht ich bin unten am Wasser und man muss immer helfen ja ich hab ah lo ich hab was auf Dauber ich hätte gerne mal ne ne Foto hier hat jemand nen Haltzug dabei ist NEIN ich war bei den Items also ich bin safe ich war voll weil Thorsten so viel Zeug dabei hatte ich war voll du musst wo muss ich hin nein du warst nicht bei allen Items war nicht irgendwo ein Haufen mit sehr 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 viel Items ja doch hab ich hab ich gesehen ich bin nicht mehr bei da runter gegangen weiß ich glaub zum fünften Mal je lange bin auch immer noch falsch jetzt mach das gar nicht irgendwie Mann da ist Schleim fick dich das muss so jetzt bin ich nicht fall da runter weil warum es die Fall war weil ich weiß ich fucke weg ok super alles klar Schleim ok wir nehmen dieses Wasser nicht halt sterb vor allem aber wieso macht das Ding One-Shot ey ja ich mach einfach vielleicht kurz so jetzt ist die Wasserfall runter du warst auch übelst verletzt Ramla ich war zu schnell ich war schnell also wie ist das vorher runter gefallen ja aber wie ich unten nicht unten Leute du hast es geschafft alles gut alles klar ja unten ist Wasser da ist jetzt unten Wasser ihr könnt jetzt safe runterspringen ja es ist extrem safe da runter zu springen ist es auch gar nicht ich hab das Wasser unten gemacht ja ich bin grad die Storben mehr runterspringen weil ich auf die Ahne in Zwischenland platforme ja ja aber schlecht ja gut das muss man erstmal schaffen ja warum ist die mal jetzt in die Krone gestorben jawoll das ist die Kroneleuchte ich hab Kroneleuchte wow Kroneleuchte Mann scheiß wie stopfst du das schon wieder oder man Mann ach du es nicht ach du es nicht oh schon was runter denn die Sachen mit komm nein wieso mach 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 mal die Sache meiner Seite weg die Diensteiner kann man einfach in die runter von dem Wasser ja nee wie ja nee ne das geht nicht da unten ist ja und das war das aber vor Ort wird die dann machte aber hin würde ich gerne machen oh alles hier das war das was nicht der Retter in der Not kommt oh mein Gott ich bin gleich da ich bin glaub ich zu weit erst mal soll es hier da ist dafür als noch Zeit ich bin zu weit hier rein nein nein ich bin nicht nicht nein ich bin doch nicht so weit nein nein was ist das für ein bald ich habe nicht gesehen ich hab das hier ich hab das hier wir sind doch zu weit äh sind wir zu weit loll wie kann man die nein sind wir nicht hier guck mal ah ok du 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 Das ist 4.0, das ist revolutionär. Stimmt. Revolutionär kanal, ja das stimmt schon. Revolutionär Scheiße. Was? Weil ich auch auch damit aufnehme. Wer guckt denn sich in den letzten Tagen 10.000 Folgen an davon? Ja, warum wohl? Weil er nötigt wird. Echt, natürlich. Schlafen. Für eine Überraschung. Er wird nur die Cent unfreundlich darauf hingewiesen, dass das zu machen hat. Ja, jedes Mal, wenn ich auf den PS komme. Gotti, mach es! Warum sag ich jetzt auf? Mach doch mal das Ding jetzt weiter. Mach es doch nicht, war ich noch. Nein, ich war ganz unten. Ich war ganz unten, nein. Ich hab die erste Sache schon umgeschichtet. Ja, ich auch. Hatte ich auch schon einmal ganz kurz. Alter, war pissig zu. Wie viele Spitzhacken da schon wieder liegen von uns, ne? Spitzhacken mitgenommen. Jawoll, ey. Hast du einfach so in der Luft gegrabt, dachtest du? Ja, pass. So, Fackel. Aber ich glaube mal, aus unserer Höhle da ein paar Fackel nicht. Du musst jetzt mal fackeln, ey. Aufsicht der Oberloch. Ey, das muss mir mal jemand sagen, dass man da auf ne Zwischenplattform... Ja, das... Scheiße! Ja, du bist schlecht. Du, du bist voll gestorben. Erst mich auslachen, ja? Und dann... Ja, 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 ja. Gibt's so Schuhe, die keinen Fallschaden geben, die will ich haben? Die baue ich mir. Mit der Wolke könnte man da schön runter haben. Die hast ja leider da hinten. Oder mit dem Fallschirm... Ringschirm. Ja. Ja. Du, leider liegen die da unten. Nein! Jetzt auch scheiße. Wo ist denn Ringschirmmrammler? Da unten. Ja, wie die geile Sau da unten. Also mittlerweile... Ich glaub mittlerweile... Können die Sachen wirklich weg sein. Die...